Die Internetverbindung zu Hause streikt mal wieder. All eure Geräte haben kein Internet und ihr habt schon den Internet-Service-Provider Telekom, Vodafone, O2 oder wie die alle heißen, kontaktiert und die weigern sich inständig das Problem zu lösen und behaupten noch allen Ernstes, ihre Verbindung sei in Ordnung. Woran das liegen kann und wie man so einem Problem auf den Grund geht, das schauen wir uns in diesem Video an. Fangen wir beim Symptom einmal an. Was ist passiert? Naja, die ganzen Geräte, die bei euch zu Hause im WLAN sind oder per LAN an den Router vielleicht angeschlossen sind, die zeigen auf einmal an, dass sie kein Internet haben und Internet funktioniert auch gar nicht oder halt eben langsam. Um jetzt zu verstehen, wie man dem Problem auf den Grund gehen kann, muss man erstmal überlegen, wo sind denn diese Geräte, die bei mir zu Hause im Internet sind, eigentlich verbunden als nächstes. Was ist denn ihre nächste Station oder auch anders genannt, was ist denn ihr Gateway? Und denn ihr Gateway ins Internet ist in der Regel der Router. Hm, ja, die verbinden sich zum Router, klar, WLAN ist logisch, aber wie geht es dann weiter? Wie kommt der Router ins Internet? Naja, der Router ist in der Regel irgendwie angeschlossen an eine Verbindung eures Internet-Service-Providers. Bei Kabelanschlüssen haben die einen Koaxialanschluss, bei den Telekom-Anschlüssen ist das noch die Telefonleitung. Und der ist dann über die Telefonbuchse mit dem Internet-Service-Provider verbunden. Und jetzt ist eben die spannende Frage, welche dieser Linien macht hier das Problem? Also gibt es ein Problem mit der Verbindung zum Internet-Service-Provider, das wäre hier die blaue Linie, oder gibt es tatsächlich im Heimnetzwerk ein Problem? Also hat der Router ein Problem oder haben die Geräte irgendein Problem? Dann ist das hier die gelbe Linie. Wir werden jetzt nicht im Detail auf die Probleme in dem Video eingehen, aber wir schauen mal, wie wir uns zumindest dem Problem annähern können und es eingrenzen können, ob es also ein Problem ist mit dem Internet-Service-Provider und ob wir schreiend dort bei der Hotline anrufen sollten oder ob es wirklich erstmal ein Heimnetz-Problem ist. Um jetzt das Problem Schritt für Schritt zu analysieren, habe ich mir so eine kleine Punkt-für-Punkt-Liste aufgeschrieben, die habe ich euch jetzt mal aufgelegt und an der arbeiten wir uns jetzt einfach mal ab. Wichtig ist, bevor wir jetzt anfangen, um alles andere erstmal auszuschließen und um uns den meisten Ärger wahrscheinlich zu ersparen, startet mal euren Router neu und das Gerät, an dem das Problem auftritt. Router neu starten, wenn ihr nicht draufkommt, einfach Stecker ziehen und reinstecken. So, was ich jetzt hier nicht aufgeschrieben habe, am besten testet man das Ganze entweder über eine Kabelverbindung und wenn das nicht geht, klar, dann kann man es auch über das WLAN machen. Aber auch da könnt ihr natürlich schon mal testen, habe ich eher ein Problem im WLAN und gehe die LAN-Verbindung oder geht nicht die LAN-Verbindung, aber die WLAN-Verbindung und so kann man das ja auch schon mal ein bisschen eingrenzen. Aber das ist jetzt hier nicht so wirklich unser Fokus. Wir wollen ja nur die Trennung machen, ist es bei uns im Heimnetz oder bei unserem Internet-Service-Provider das Problem. Wie gehen wir da vor? Naja, ganz simpel eigentlich. Man ruft mal eine Internetseite auf. Ich mache also den Browser auf und gebe da oben mal eine Seite ein, die es auf jeden Fall gibt, zum Beispiel google.de. Achte natürlich darauf, dass ich mich hier nicht verschreibe und wenn Google lädt, ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass hier alles in Ordnung ist oder usefullbit.com. Aber wir sind ja nicht hier, weil alles in Ordnung ist. In der Regel wird das jetzt, wenn ihr ein Problem habt, nicht funktionieren. Ja, wie gehen wir dann weiter vor? Dann wäre es wichtig, mal die Verbindung zum Router zu prüfen. Wie kann man das machen? Naja, ihr habt entweder im Handbuch oder hinten auf dem Router oder habt so eine Karte beim Router dabei gehabt, eine IP-Adresse oder eine Domain des Routers. Zum Beispiel bei mir ist das fritz.box oder die IP-Adresse ist bei mir auf 192.168.0.1 eingestellt. Das könnt ihr auch zum Beispiel in den Netzwerkverbindungen in Windows rausfinden. Hier gehe ich mal auf Details und da gibt es den Default Gateway. Das ist euer Router in der Regel. So, was kann ich da drauf machen? Ich kann mich da vor allem erstmal anmelden und niemals das Passwort speichern. Und der Router zeigt mir oft schon im Startbildschirm an, ob das Internet verbunden ist. Und hier zeigt er mir eindeutig an, dass es verbunden ist. Ich kann da auch nochmal draufklicken, indem ich hier auf Internet gehe. Dann komme ich zum Online-Monitor in der Fritzbox und auch da bestätigt er mir im Grunde genau das. Ich bin also jetzt mit dem Internet verbunden und alles ist soweit in Ordnung. Wenn ich jetzt also das rausgefunden habe, dann habe ich zwei Sachen festgestellt. Erstens, ich bin mit dem Router verbunden. Das heißt, offensichtlich geht die Verbindung zum Router. Und zweitens sehe ich hier, dass auch das Internet synchronisiert wurde. Also das sollte dann auch kein Problem sein. Eigentlich habe ich jetzt hier in dem Moment gar kein Problem. Aber das sind eben die zwei Sachen, die man halt prüfen muss. Das andere, was ganz gut ist in der Fritzbox, hier habe ich noch zwei Sachen, die ich prüfen kann. Nämlich unter Ereignisse. Das habe ich hier schon offen gehabt. Oder gehe noch mal zurück. Genau, hier oben Internetverbindung. Kann ich einfach gucken, wann der sich das letzte Mal synchronisiert hat. Ihr solltet ja gerade neu gestartet haben. Also müsste da sowas in der Art drinstehen, dass das eben gerade passiert ist. Die andere Möglichkeit, die ich jetzt hier habe, ist links mal auf Diagnose zu gehen und auf Funktion. Und hier kann ich einfach auf Starten gehen. Und dann prüft er mir so ein paar Sachen einfach mal durch. Und da kann ich vielleicht auch schon den Fehler ungefähr ausmachen. Aber er sagt jetzt hier zum Beispiel auch ganz klar, die Internetverbindung funktioniert. In der Regel kann ich mir jetzt schon mal sparen, bei meinem Provider anzurufen. Denn wenn die Fritzbox sagt oder der Router sagt, die Verbindung funktioniert, ist da in der Regel auch drauf Verlass. Wir müssen jetzt also weiter analysieren. Dafür mache ich das mal weg. Das mache ich auch mal zu. So, und jetzt kann man zum Beispiel noch testen, das sind auch gerne Sachen, die schief gehen können in so einem Netzwerk. Funktioniert meine DNS-Auflösung einmal. Ich ändere das jetzt mal so, dass sie nicht funktioniert, dass wir das auch schön sehen können, wie es denn aussehen würde, wenn die nicht funktioniert. Ich hoffe, den gibt es nicht, den DNS-Server, wir werden es gleich merken. So, und zwar Windows und R zusammendrücken. Dann kommt dieses Fensterchen. Dort gebe ich CMD ein, mit Enter bestätigen. Dann komme ich in dieses Eingabefenster rein. Und hier kann ich mal ein Ping machen, zum Beispiel auf usefulwit.com oder auf irgendeine andere Domain, die ihr kennt. Und dann drücke ich mal Enter und dann fängt er an, Pakete hinzuschicken und die kommen dann wieder zurück. Und hier habt ihr eine Zeit stehen. So, das sind jetzt erstmal die paar Ausgaben, die wir brauchen. Die erste Frage, die DNS-Auflösung, wie haben wir die jetzt getestet? Naja, er pingt usefulwit und bekommt hier eine IPv6 zurück. Und wenn er das Pinken anfängt, dann funktioniert auch schon mal die DNS-Auflösung. So, er hat jetzt hier auf IPv6 angepingt. Deshalb hat es auch nichts gebracht, dass ich hier was geändert habe. Ich nehme IPv6 hier einfach mal raus. Jetzt kann er gar kein IPv6 mehr machen und wir werden es nochmal versuchen. So, auch hier hat er erfolgreich auflösen können, obwohl ich doch eigentlich versucht habe. Ich bin wieder sehr gut vorbereitet. Ihr seht schon hier so ein Fake-Ding einzutragen. Naja, wir gucken mal, ob es vielleicht so geht. Versuchen das nochmal. Kann natürlich auch sein, dass er die sich jetzt gecached hat. Also nehme ich mal irgendeine, die er noch nicht kannte. Zum Beispiel otto.de. Und jetzt haben wir genau den Fall, den ich provozieren wollte. Er hat jetzt ein Problem mit der DNS-Auflösung. Und zwar sagt er dann, ping, request could not find otto.de. Das heißt, er kennt otto.de jetzt gar nicht. Er fragt nämlich beim DNS-Server an, wer ist denn otto.de. Und wenn ich jetzt mal hier reingehe, ist das halt ein DNS-Server, den es nicht gibt. Dann stelle ich das wieder auf automatisch, bestätigt das hier alles nochmal und das gleiche nochmal. Und jetzt kriegt er auf einmal eine IP für otto.de zurück. Er kann jetzt hier otto.de nicht pingen. Das kann einfach sein, weil otto.de diese Pakete einfach nicht beantwortet. Das heißt jetzt aber nicht, dass unser Internet nicht geht. Da sollte man also immer ein paar Seiten mehr probieren. Google.de zum Beispiel. Ich glaube, die lassen das immer zu. UsefulWid habt ihr ja schon gesehen. Hier online geht zum Beispiel. Also hier seht ihr, da kommt eine Antwort zurück. Wenn jetzt der DNS-Server nicht geht, dann kann das durchaus wieder am Provider liegen. Also das hatte ich öfters schon mal. Dann würde ich euch raten, tragt mal den anderen DNS-Server einfach bei euch hier in die Verbindung ein. Oder im Router könnt ihr auch eine andere eintragen. Einfach zu merken ist zum Beispiel die 1.1.1.1. Das ist ein DNS-Server oder 8.8.8.8 ist der DNS-Server von Google. Und dann könnt ihr mal schauen, ob es dann wieder geht. Diese beiden DNS-Server könntet ihr zum Beispiel auch in den Router als Standard eintragen. Dann müsstet ihr es nicht bei jedem Gerät einzeln machen. Gut, dann hätten wir die DNS-Auflösung getestet. Und Schritt 6 haben wir ja auch schon fast gemacht. Hier einfach mal prüfen, ob IPv4 und IPv6 beide angehakt sind. Und ob das Ganze hier auf automatisch steht. Wenn es nicht auf automatisch steht, dann habt ihr ja was umgestellt und habt hoffentlich gewusst, was ihr tut. Wenn ihr es nicht gewusst habt, stellt das wieder auf automatisch zurück. Dann geht das vielleicht auch wieder. So, man kann dann zum Beispiel auch solche Sachen hier nachgucken, wie IPv4-Adresse. Hat er eine bekommen und ist er hier am Router, also dem Default-Gateway angemeldet? Das kann man hier auch nochmal das Ganze deaktivieren und neu aktivieren. Denn das führt dann dazu, dass der sich nochmal eine neue IP holen muss am Router. Aber den Effekt hattet ihr schon, wenn ihr euren PC neu gestartet habt. So, ich hoffe, ich konnte da für euch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und die Unterscheidung machen zwischen, wo ist die Verbindung ins Internet und wo ist meine Verbindung zu Hause, die ich prüfen muss. Was zum Beispiel jetzt hier auch noch zu prüfen wäre, wenn ihr schon dabei seid und so ein Ping-Befehl absetzt, dann könntet ihr mal folgendes prüfen. Ping-T zum Beispiel ist ja timeless oder halt ja unendlich, aber das solltet ihr vielleicht nicht machen. Macht mal Ping-N und macht mal hier, was weiß ich, 20 ein. Da macht er 20 Pings und den lasst ihr gegen euren Router laufen. Und dann gebt ihr einfach die Adresse eures Routers ein und drückt Enter und dann pingt ihr jetzt euren Router an. Ich bin jetzt hier mit dem Kabel verbunden. Das heißt, eine Millisekunde ist da ein sehr guter Wert. Was wäre denn jetzt da ein schlechter Wert? Naja, umso höher der Wert, umso schlechter. Umso länger sind ja die Laufzeiten. Wenn ihr im Heimnetz seid, sollte der Wert möglichst einstellig sein. Ist er jetzt massiv da drüber? Also habt ihr jetzt schon bei einem Ping zu eurem Router irgendwie hier Durchschnittswerte, die deutlich bei 20 Millisekunden oder so liegen. Dann deutet das schon darauf hin, dass im Heimnetz vielleicht irgendwas nicht stimmt. Habt ihr vielleicht euren Repeater falsch platziert? Seid ihr zu weit weg vom Router oder ist einfach das Kabel schlecht, das ihr verwendet habt? Also das wären dann so Sachen. In die Richtung müsste man dann schauen. Auch Powerline macht natürlich Verluste bei der Latenz. Und dann kommt ja noch on top, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Ping-N10 auf t-online.de mache. Dann kommt jetzt die Verbindungsdauer, die ich zu eurem Router brauche, plus die Verbindungsdauer vom Router zu t-online.de. Also das sind diese zwei Werte, aus denen setzt sich dann diese Gesamtpaketlaufzeit zusammen. Wenn jetzt natürlich die erste schon massiv schlecht ist, kann die zweite nicht besser sein. Ganz schlimm wäre es hier, wenn ihr hier Paketverlust hättet. Das sollte man wirklich nicht haben. Also auch wenn man da viele Pings laufen lässt, sollte der Paketverlust jetzt nicht irgendwie über ein Prozent oder sowas sein. Dann ist auch das schon wieder ein Hinweis drauf, dass es da ein Problem gibt. Aber auch genau hier könnt ihr wieder das machen, um was es hier ja im Video eigentlich geht. Hier könnt ihr ein Ping minus, zum Beispiel ihr könnt hier 500 Mal laufen lassen. Ihr müsst da ein bisschen Zeit einplanen, geht mal Kaffee trinken. Und den lasst ihr einfach mal auf euren Router laufen und schaut, ob es da Abbrüche gibt. Jetzt mache ich ein zweites Fenster auf, genau wie vorhin. Und hier schreibe ich dann auch Ping minus, Entschuldigung, Ping minus N500 zum Beispiel. Und den lasse ich jetzt aber ins Internet laufen. Also links, der läuft jetzt nur im Heimnetz, rechts, der läuft jetzt ins Internet. Und wenn einer von beiden ein Problem hat, dann kann ich schon eingrenzen. Ist das jetzt ein Problem im Heimnetz? Also zum Beispiel kriege ich jetzt im linken Fenster irgendwie lange Laufzeiten, im rechten Fenster auch. Naja, dann ist es offensichtlich im Heimnetz, weil wenn nicht mal die Verbindung zum Router gut ist, kann die ins Internet einfach auch nicht gut sein. Kriege ich jetzt aber nur rechts das Problem und links ist alles super. Also habe ich zum Beispiel rechts ultralange Laufzeiten oder Paketabbrüche. Dann ist es doch wieder an der Zeit in Richtung des Internet Service Providers zu schielen, dass der Schuld hat an der aktuellen Situation. Und jetzt simuliere ich euch auch das mal, wie das denn genau aussehen würde, wenn es ein Problem mit dem Internet Service Provider gibt. Dazu lasse ich mal den Screen Recorder weiterlaufen und bewege mich hier im Hintergrund zu meiner Fritzbox. Und würde da einfach mal das Kabel von meinem Internet Service Provider abziehen. Und was seht ihr jetzt hier? Genau das, was ich euch gesagt habe. Links in dem Fenster, die Verbindung zum Router ist noch wunderbar. Der Router läuft, der Router hat Verbindung, alles Bestens. Aber es gibt keine Verbindung mehr ins Internet. Ich habe ja auch hier das Kabel gezogen. Ich stecke es mal wieder rein. Okay, das ist echt die Härte. Ich habe es nur berührt und er hat schon wieder Synchronisation bekommen. Dabei muss ich das ja eigentlich reindrehen. Naja gut. Okay, also ich drehe es mal rein. Und ihr seht, da kommt wieder was durch, durch die Leitung getröpfelt. So und so sieht das dann aus, wenn quasi der ISP ein Problem hat oder eure Verbindung zum Internet irgendwie gestört ist, aber die Heimnetzverbindung eben noch funktioniert. Und was man jetzt rechts sieht, ist auch wieder so typisch. Also da habe ich jetzt auf einmal 200 Millisekunden oder 135 Millisekunden. Und das ist für einen stabilen Betrieb viel zu hoch. Die müssen also deutlich im zweistelligen Bereich sein. Es sollten unter 50 Millisekunden insgesamt sein. Wenn ihr noch ein paar Tipps habt, wie man so Probleme analytisch auf den Grund geht oder wie ihr eure Probleme lösen konntet, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare.